ein reno clio ist hier zum verkauf angeboten fünf personen haben in dem roten fünftürer platz der kombi bietet zahlreiche ausstattungsdetails wie esp für suffix kindersitz befestigung navigationssystem dachrailing einparkhilfe und noch vieles mehr unter der haube gibt der sparsame benziner eine leistung von 118 ps an das automatikgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei nur 5,4 litern pro 100 km kontaktieren sie uns wir beantworten gern ihre fragen die 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 die